ja hallo und herzlich willkommen zu lindemanns wochenschau ich freue mich dass sie auch heute wieder mit dabei sind ja diese woche hat das berliner abgeordnetenhaus mal wieder getagt und es gab einiges interessantes im berliner abgeordnetenhaus so hat beispielsweise die regierungskoalition aus spd und cdu einen antrag auf eine gesetzesänderung eingebracht weil man möchte das sogenannte stiftungsgesetz ändern ja worum geht es da also das verfassungsgericht hat entschieden dass die zahlungen an politische stiftungen kommunalpolitische vereinigungen der parteien aus steuergeldern neu geregelt werden müssen und das haben sich die altparteien natürlich in berlin zum anlass genommen um entsprechende neue regelungen zu treffen zu ihren gunsten und zu lasten der demokratischen opposition der afd bisher war es so dass jede partei die zwei legislaturen im berliner abgeordnetenhaus vertreten war automatisch anspruch hatte auf gelder für kommunalpolitische vereinigungen oder stiftungen da die afd nun jetzt die zweite legislaturperiode im abgeordnetenhaus drin ist und natürlich mal davon ausgeht dass wir 20 26 die dritte legislaturperiode ins abgeordnetenhaus kommen werden hat man jetzt das gesetz mal schnell geändert hat gesagt also jetzt bekommen nur noch parteien die mindestens drei legislaturperioden im berliner abgeordnetenhaus aus dem landtag von berlin waren bekommen deren stiftungen oder kommunalpolitische vereinigungen bekommen gelder aus steuergeld und es geht hier um millionenbeträge liebe freunde ist euer hart erarbeitetes steuergeld was hier verteilt wird grundsätzlich sagen wir diese stiftungen und vereine bräuchten eigentlich überhaupt kein steuergeld zu bekommen das wäre eigentlich die vernünftigste lösung und wenn aber schon steuergeld an vereinigungen kommunalpolitische vereinigungen und stiftungen von parteien also parteinahe stiftungen verteilt wird dann muss es natürlich gerecht zu gehen ja will man aber nicht die afd stiftung beziehungsweise die kommunalpolitische vereinigung der afd soll nichts bekommen ja und damit man dann nicht nach der dritten legislatur wenn die afd jetzt 20 26 wieder gewählt wird müsste man ja 20 31 das gesetz wieder ändern weil ihre drei legislaturen umsetzt dann hätte die afd ja anspruch auf das geld hat man sicherheitshalber noch ins zusatz gerein gebracht hat gesagt parteien die als verfassungsfeindlich rechtsextremistisch verdachtsfall vom verfassungsschutz beobachtet werden die sollen grundsätzlich gar kein geld bekommen die sollen also von der finanzierung ausgeschlossen werden das heißt stiftungen und kommunalpolitische vereinigungen von parteien die vom politisch instrumentalisierten verfassungsschutz als verfassungsfeindlich oder verdachtsfall oder rechtsrechter beobachtungsfall eingestuft werden sollen kein geld bekommen also muss quasi diese regierung nur noch sagen was ja immer wieder propagieren die afd ist verfassungsfeindlicher beobachtungsfall was eigentlich totaler quatsch ist weil der verfassungsschutz schützt hier nicht mehr die verfassung der verfassungsschutz schützt hier die regierung und in dem fall die politischen stiftungen und kommunalpolitischen vereinigungen der regierungsparteien und der altparteien das ist ein dicker hund das ist ein undemokratisches vorgehen wie es eigentlich unvorstellbar ist dass hier die demokratische opposition die alternative für deutschland ausgeschlossen wird mit solchen gesetzestricks und dass der verfassungsschutz hier politisch von der regierung instrumentalisiert wird um die afd von zuschüssen aus steuergeld auszuschließen damit die regierungsparteien und die altparteien dazu gehört natürlich auch die linke also cdu spd fd p grüne und linke damit die steuergeld unter sich aufteilen können um besser für sich werbung zu machen können und die opposition will man da raushalten wir werden da prüfen ob wir dagegen klagen können ob wir rechtliche schritte einleiten können als afd natürlich wir lassen uns das so nicht ohne weiteres gefallen wir werden mal sehen was dabei rauskommt und ich werde euch natürlich auf dem laufenden halten ansonsten ihr wisst ja eu wahlkampf ist in der heißen phase 9 juni ist die wahl zum europäischen parlament auch hier versucht man natürlich die afd zu behindern und mit fake news hier zu überhäufen darum ist halt wirklich wichtig glaubt nicht alles was die kartellmedien verbreiten da werden sehr viele fake news gegen die afd verbreitet weil es natürlich um mandate um sitze und um stimmen geht wer eine vernünftige alternative haben möchte und wer unsere heimat deutschland liebt und möchte dass unser land wieder von kopf auf die füße gestellt wird und eine vernünftige politik für deutschland will der welt am 9 juni afd ihre alternative ich empfehle es ihnen ansonsten wünsche ich ihnen jetzt ein schönes wochenende dankeschön